die und der sie mit schieb in der jetzt gibt sie alle ab wenn wir sie uns was denkst du mit gleich ist da und er er war als kleber teil hat sich die bürger die tschule ich bin hier über den kleinen Prozent ich weiß nicht so recht er ist nicht so freundlich mit dem kann man reden aber warum was sollte daran spaß machen ja zieh raus auch so funktioniert links rechts und gar nicht angezeigt da muss man auch erst mal nicht so grob du Arsch ich bin nicht ein Kumpel ich bin eine freunde von dir aber ich fände schön dass wir uns verstehen also irgendwie scheinen wir uns zu mögen oder so hat also sie und er und er und sie und ja er ist was ich sagen will nee nee kein Pärchen aber so als Kumpel gut Kumpel aus der Grube vielleicht freunde ganz normale freunde das er normalerweise auch von freund zu freund ich habe meine freunde im teamspeak wird zocken fleißig wie freund bis schwul oder was nein das ist einfach der ausdruck weil manche leute den ausdruck freund einfach als nacht du schwule sau sehen wo ich denke danke aber wo bist du mit deiner meinung total neben der spur gehen wir freuen was machen wir jetzt wir haben nur den scheiß hammer jetzt ich steck ja sie ja runter hinter dir hütteln hoch er ab gegen die scheibe wohl so und ja jetzt rütteln rütteln kuckuckuck jetzt wieder kuh drücken man nein leute ich fest jetzt ist der hammer auch weg heute die fest da kommt hoch mit dialog verdammt doch mal bewegt ein arsch bleibt da nicht so um regen wir müssen die ganze arbeit machen hier bist du denn für ein arsch da mache ich schon mit der kümmerung geht das ist gut noch mal ja cool diese steuerung ja jetzt haben wir der stange jetzt müssen wir peter ja luke hängt immer noch da er kommt ja nicht weg und das war knapp jetzt mein lieber schon die schwede wenn sich das alles bloß ausgedacht alles klar freund was geht einsam die geräusche im hintergrund ok steigt die hand aus für sonder stehen bleiben da läuft einer sieht nie aus also als wenn er als zombie laufen würde er hat uns wohl machen ich würde mich erschießen gehört er zu kawa zum auf ist hier mit kaffee sartessie und denkst so k k saske wir haben uns verlaufen wir haben war er wüsste erst mal irgendwie so verzweifelt das gespräch aufbauen damit er uns ein bisschen irgendwie glauben schenkt oder uns vertraut bevor wir dann jetzt eingemachte gehen so jetzt kommt natürlich erst mal näher weil er ja wie interesse hat ja wir sind ich bin kein abschloch wir sind nur leute und wir haben wieder waffen hat genau was kümmert es dich hast du kurs da gesehen Uhhh We got food and supplies back in the station And if you want What the fuck man? What the hell is he doing? No 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 he's with us Dead! No! Don't shoot! Now he's with us Did I hit him? Where is he? I told you not to shoot what? What was that guy? He was going to help us How do you know? Damn it! I told you not to shoot! How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot That shot rang out from miles We gotta get off this bridge Let's go Besoffener Idiot ey Bin gespannt was das noch für Konsequenzen auf sich zieht In der späteren Laufbahn Nur weil er geschossen hat Ey, Hammer Who the fuck was that pet there? I don't know It looked like he had a gun on you That asshole drew on me He was about to shoot Oh was he? Nein, halt die Klappe Nick Shut up Nick What did you see Clem? Was that guy going to shoot? Fuck you Luke You been on my case the whole week He wasn't gonna do anything I know what I saw Either way You could have hit one of us Yeah but I didn't Look I, I know Pete was close to you Nick But you can't fucking talk about him You think he was with Carver? I don't know I... No, I don't think so But he fell over He fell off the damn bridge We have to keep moving I can't I need a minute Fine Can I talk to you alone? I can't talk to you alone? I know Hey Clem, you got anything to eat? You have to die here? You know what I told you I'm fine Sorry, I'm out In... 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 In der Hütte Hat er noch gesagt Das ist das Essen Na also Geht doch Vielleicht hat er gelogen Warum gehst du nicht nachsehen? Ach genau Dieser faule Sack Jetzt müssen wir auch noch da Ey, ich pack es nicht ey Ein paar Dosen Da haben wir... Betrachte leere Dosen Wie lange hat er sich wohl schon nicht aufgehalten? So, da mach mal Ist sie abgeschlossen? Ja... Irgendwas mit aufbrechen im Watt vielleicht Schickes Messer Ich fühle mich ziemlich gut He 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 Okay Clementine hat jetzt ein schickes Messer So, sag mal hier Betrachte Radio Radio? It's dead Ja Batterien leer Nicht tot Aber auch ist es Wie lange hat er sich dann wohl schon hier aufgehalten? So, da geht es nicht weiter oder was? So wieder hier raus So wieder hier raus Aber wir können jetzt das Messer benutzen und die Kiste aufmachen Ich bin mal gespannt Ach jetzt müssen wir auch noch wieder drücken, ey Okay, das haben wir offen Messer ist nicht kaputt gegangen? Schön Oh, zwei Dosen Ach jetzt kommst du oder was? Jetzt willst du das Essen auch noch mitnehmen oder was? Er wollte uns helfen Ich möchte nicht, äh, darüber reden, eine Frau in unserer Gruppe Ach so, ja Ach so, ja Was ist passiert? Eine Frau in unserer Gruppe Er hat eine Frau in unserer Gruppe Er hat sie sterben Und dann hat sie einfach diese andere Frau Ach so, was hast du gemacht? Mein Freund hat sie verabschied Huh Und dann hat sie verabschied Und dann hat sie verabschied Und dann hat sie uns verabschied Oh Oh Das ist lustig Sie sieht einfach wie du Ja, ne, ist klar Hey, Clem There's not a lot of food here And Rebecca Well, she's eaten for two You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know Die ganze Gruppe sollte entscheiden Rebecca kann das haben Ich werde nicht für dich lügen I won't lief for you I'm sorry I shouldn't have put you in that position It's a shame Nick was a good guy He's still a good guy He's just losing it God knows We're not perfect Hell I'm glad you're with us Clementine Okay We're shy How is that? Oh Baja We got a problem here Yeah We saw it Alright We're heading up Ja Ich denke mal Das ist die Nachwirkung Da der Penner geschossen hat Ganz klasse Oh Oh What are we waiting for? We have to be careful Careful? We've been on the road for five days My back is done being careful Doesn't look like anybody's home Damn Now down tight Da muss jemand wohnen So verrammelt Wie das ist I'll go with you Es ist eine nette Aussichtsplattform Muss ich sagen Ich hatte mal einen Baumhaus Dude Oh Okay Warum? Baumhaus ist auch irgendwie cool Wieso wir So der doch da hochklettern Herr doch jetzt so einem Waffen da Wir brauchen aber ein Gewähr vielleicht können wir umschießen oder so Aber Just take it slow And we find you if you fall Jetzt gibts nicht, jetzt müssen wir auch. Müsst wir auch. Ich weiß, dass alles okay ist. So, jetzt sind wir oben. Oh, guck mal. Die Kräuter ist auch hier. Ich habe es geschafft. Siehst du nichts? Ich kann den Bruch sehen. Okay, da unten ist nichts zu sehen. Keine Streuner zu sehen. Ich sehe etwas. Was ist es? Ein Licht. W-w-wait, da ist noch ein. Luke! Okay. Okay.